wohl schuriken 10 kritz chance können natürlich ich habe irgendwie den fehler gehabt gerade wie dumm war das nee ich möchte nicht gegen euch kämpfen ich bin schon lewitz wir sind schon lewitz und sich freunde nein ok jungs danke jetzt da oben echt nicht weiter das war ja das hier ja das ist da brauchen wir wahrscheinlich hier ist orakel oder so keine ahnung so wir haben jetzt unterwäsche menion ok er sagt nichts neues was das waren schön ist die schon hier ich dachte jetzt irgendwo noch optional hin jetzt schon so als ob jetzt so oh ja oh sie kommen zu treten und treten treten glaube ich an der dorstabte oblivion young keeper ne wir müssen jetzt nicht gegen die kämpfen you know of the dangers that lurk in the fallen places of the sanctuary ja das ist das oracle and yet you seek them out natürlich die hat uns beobachtet ok ghost erinnert sich an diesen what i used to be called by a different name ok die wurde mal anders genannt in einem anderen leben okay who are you my lost soul that wandered the oceans of the world for years beyond count okay during my natural life i had seen the world turn to darkness before my own eyes oh die Welt ins Dunkelheit zu sehen the sanctuary was created it was as if a triumphant beacon lit up in the middle of the black sea hope returned to the world yay that is why i will always watch over the sanctuary mhm sie wird immer über die sanctuary was heißt das eigentlich über die sanctuary wachen vor 300 jahren hat sie sich revealed quasi but we failed the man who had turned himself into an undying devil escaped our graphs that is a bit of a mess i see seeks to corrupt the sanctuary ja 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 er hat viele freunde gewonnen ist klar you need to be sure that you are the one that will save the sanctuary from this devil das darfst deswegen muss ich gegen dich kämpfen und wenn du gewinnst dann bist du es orikis challenge ja natürlich ähm erstmal noch nicht erstmal noch alles hier ab erkunden ist auch geil dass man einfach anscheinend unter wasser atmen kann und davon niemand spricht scheiße da können wir nicht hin ne ne von war wahrscheinlich ne neue fähigkeit und hier können wir auch nicht hoch oder ach okay wir müssen zum Keeper hä äh äh zum oricle k k nur n Scherz gemacht Alles gut, lass uns kämpfen Come forth, Noblebeast, test es Es war so klar Okay Champion-Monster, alles klar Also er greift an mit Wasser Und ist schlecht gegen Wind Also nehmen wir Raupi Schneefkiddy Und Ghost Wir hätten auch anstatt Raupi Dings nehmen können, glaube ich Kitty Cut, neutraler Schaden halt, aber So haben wir quasi zwei Healer Äh, Riot Glory, was macht denn Glory nochmal Chris Crit-Chance, ah ja Und Physical Skills Deal-Modemage, ah shit Nochmal Glory Ja, sie kann nicht reviven Äh, ich glaube das war's What the fuck, ey Oh man Wow Alter, macht der Schaden Äh, ja, Healing Wave reicht eigentlich nicht, glaube ich Ich schätze mal, wir sind tot Natürlich Wow Was der für einen Schaden macht Klaus macht sogar mehr Schaden Okay, er hat kein Mana Er hatte Mana Tschüss Gucken, was passiert Oh, das ist nichts, okay Dann halt nochmal Ähm Achso, ja, ich bin auch blöd Die sind beide schlecht gegen Wasser Ja Wow Kann man so dumm sein Äh, wir haben ein Heal mit ihm gescaled jetzt, oder? Dann machen wir's mal so Ja Okay Okay Leider kein Buff mehr, der die Verteidigung erhöht Okay Au Heilung Blutung Machen wir's mal so Blutung, bitte Ja Okay, jetzt kann er nur noch angreifen Ah, ne, doch nicht Reicht noch das Mana Okay Wow Chill 3, Alter Ähm Nehmen wir mal Tackle Ah, ja Ah Jetzt machen wir mal Blutung Ja, Blutung Komm, ich will den einfach Tode bluten lassen, den Jungen Okay Jetzt macht er sickle doch mehr Schaden Okay Jetzt kann er nur noch angreifen Autsch Äh Ne, komm Nächste Runde heilen wir Jo, gute Gut, gut, gut Ja Jawohl Und er sickle nochmal Bräuchten halt burnen, ne Das wär so geil, aber Ja, oh, jetzt müssen wir heilen So Blute bitte Oh, 4 Blutung 4 Geil Oh ja Autsch Autsch Ah, okay Er kann nicht angreifen Fuck Machen wir mal ein Ice Hail Ah, ne Das verursacht kein Chill Geht's apply Bleed stack Aber es hat 8 Braucht 88 Mana Ähm Geben ihm ein Potion Eine Potion meine ich So Mal bluten Ja Sehr schön Ich glaube, das haben wir Das dauert halt nur Aber Wir haben Jawohl Danke fürs Abfangen Tanken Dass du deinen Job machst Äh Ja, wie Kombometer 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 Daran denken Ist wichtig Du jetzt nochmal hier Oh ja Okay, easy Äh Kombometer Genau Seit neun Hits Macht's so geil Hier Irgendwo mehr Hits Nee Okay 4 15er Combo Und jetzt machen wir mal Claws Mal gucken Nee Au Du greifst einfach mal Normal an Ui Äh, du machst noch mal Erste Bitte Du hast ihn mit Claws weg Aber Das war's noch nicht Nee Aber jetzt Tackle Tackle Claws Yes Fang, Crimson Gem und Leather nice you have bested the shaman beast occlude yeah you have proven your force of will mm-hmm we have not bewiesen just the reason i guess yeah key leaves hidden in the deepest point of the sanctuary once you have this key you will know what to do deep to enter the deepest domain we need to collect all of the sanctuary natürlich okay that schlüssel is in the tiefsten stelle der sanctuary aber um dahin zu kommen jetzt brauchen wir erstmal sanctuary tokens wow okay wir müssen überall hin there is another sanctuary in the sun palace ah ja okay jetzt müssen wir es wir müssen jetzt zum sun palace wir brauchen das dafür müssen aber dahin um das zu holen dafür brauchen wir aber noch das und dann können wir da hin und jetzt sind wir da ach nee dafür brauchen wir dann doch noch das und dafür muss überall auf die ganze karte verteilt hin laufen geil ist das schon so ein bisschen nervt in spielen und du brauchst das dann gehst du da hin und das zu bekommen baust du aber doch das und dann musst du da hin und dann bist du da ja um da reinzukommen brauchst du das können wir weiter zwei denn jetzt hier oben noch mal und stimmt da sind wir einfach noch gar nicht lang gegangen was ist hier oh okay mana und krit chance scheiß auf den krit damage warum mehr mana mit mit die cut auf jeden fall skills die ja genau kriegst du den schild glaube ich ist 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 hit kürtige hits apply blitz x equal to 20 percent of the damage stellt generell krits okay kürtige kürtige magic bei des monsters mana jo der ball hat jetzt alles weg glaube ich hui äh feuer wasser ähm so irgendwie eine komische reinfolge egal ich habe keinen bock auf baffs komm wir hauen dich mal weg hier ja du haust mal auf alle blutung oh geil direkt doppel blutung ist das nice oh ja weil halt ne kritz und äh verursacht eh blutung der skill kitty cut ist also blutungsmonster okay easy äh ja nochmal ice hail auf dich einfach nochmal ist das geil und nochmal kein krit kürtige wär das so'n krit gewesen ey klaus oh ja und jetzt shredden wir mal brauchen eigentlich fast gar nicht mehr den long slash benutzen wenn wir immer blutung verursachen mit grids ich meine wir machen nicht immer ein krit mit shred aber wir machen dann halt auch mehr blutung ihr wart schlecht gegen physisch okay so das ist meine physische combo wir mal gucken was das macht kein krit leider okay alter ist schon fast tot das viech machen doch nur mal das oh ja easy easy kriegt er jetzt ein schild unser ghost nee dann war das komplett sinnlos was wir gespielt haben scheiße ja wir machen einmal hier auf dich damit du auch definitiv tot bist ach weil es magic ist hat halt nur magic aoe machen wir es mal so und du shredd ist mal yes erblutung macht verhältnismäßig wenig schaden so bam 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 und shredde nochmal bitte können wir den so angreifen auto urm teil äck das hat mich als erstes jetzt kommen jetzt erstes in den sinn poké poké aus monster hunter was kannst du denn magic earth damage so beam increased gold gained voll scheiße sitzt und farmen gut okay wenn man irgendwie mal farmen muss aber nee hier ist nur eine truhe mass antidote hier noch irgendwo was nehmen alles erkundet also jetzt runter zum sonnenpalast oder wie kann man hier kommt man halt noch also da kommen wir noch nicht rein sonnenpalast nur auf euch habe ich keinen bock da wollen wir nicht hin einfach runter jup 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 scheiße ich habe sie nicht gesehen ach komm jetzt hat kein bock bisschen weiter kommen ja 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 ja